Online-Marketing-Kurse gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Aber bisher ist es mir noch schwer gefallen, einen ordentlichen Einstieg ins Online-Marketing zu finden. Obwohl ich vieles umgesetzt habe, was man mir beigebracht hat, hat es am Ende nicht wirklich funktioniert. Deshalb war ich auch bei diesem Programm im Vorfeld ein wenig skeptisch. Allerdings wurde ich positiv überrascht. Der Marketing Basics Online-Kurs beginnt wirklich dort, wo es für viele Neuunternehmen am schwierigsten ist, nämlich am Anfang. Damit mein Geschäft erfolgreich werden kann, muss ich die Grundlagen beherrschen. Seit ich dieses begriffen habe, geht es in meinem Geschäft stetig nach oben. Ich bin für den Online-Kurs wirklich dankbar und kann es jedem Neuunternehmer empfehlen, der die Methode vom ersten Schritt an lernen möchte. Unter diesem Video findest du den Link zu dem Online-Marketing-Kurs.